Musik A.V. Data Dolmetscher Technik überwindet Sprachbarrieren. Hier ist Krasnodar und wir sehen und hören Frau Wiltschenko. Ja, guten Tag, liebe Teilnehmer. Ich möchte Ihnen nur das Projekt von Krasnodar vorstellen. Es geht hier um Folgen. Städte Partnerschaftstage der Stadt Karlsruhe. A.V. Data realisiert neben der Präsentation der Partnerstädte die Dolmetscher- und Beschallungstechnik. Herzstück der Dolmetschanlage ist die Steuerzentrale. In den schallisolierten Kabinen stehen die Dolmetscher-Pulte, mit denen die Dolmetscher auf Knopfdruck auf die Übersetzung eines anderen Dolmetschers zurückgreifen können. Das gesprochene Wort in exzellenter Audioqualität garantiert eine reibungslose Kommunikation. Applaus 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 Vielen Dank.